Ja, hallo Leute, es geht weiter seit langem wieder mit der Let's Play Pokémon Max Edition und ich muss hier jetzt erstmal gucken, wie die Steuerung hier nochmal geht. Ach ja, wo ging das? Ähm, boah, ich weiß echt nicht mehr, was wir gemacht haben. Ich guck mir mal hier unsere Pokémons an. Fehlgeburt, Skizze, Smurag, was eh für ein Arsch ist. Der Ficker, Schnaubler und Zwuglisch. Alles klar, Zwuglisch. Ähm, ich geh dann mal erstmal heilen, würde ich mal sagen, ne? Ja, heilst du mich? Ja, gut. Sehr gut, sehr gut. So, hier oben hat der Mark gesagt, hier ist noch was. Einen, ein Bonus pro V15. Ja, jetzt sind doch 15 Level. Heftig. Okay. Dann gibt's da noch einen Ball. Gibt's hier noch irgendwas? Hier sind wir in der Zockerecke. Da brauchen wir eigentlich gar nichts machen, so für Spielehalle mäßig. Ne, glaub ich eher nicht. Ja, hier in Order City, hier oben. Mal gucken, wo wir hier noch so lang kommen. Ja, da müssen wir mit irgendwelchen Items kaputt machen. Ich weiß aber nicht, mit welchen. Hab ich denn da schon was? Ne, ich will nicht online shoppen. Hier, Beutel. Ähm, Bonus pro V15. Nuts. Okay, wir haben nur Popeln. Mehr haben wir nicht. Ähm, ja, da unten gibt's Attacken. Was war hier nochmal? Eine Abzweigung. Ah ja, hier war, glaub ich, ein Pokéball. Ähm, wann war hier überhaupt über... Boah, warum drück ich denn die ganze Zeit auf den D-Knopf? So, Order City. Besonders halt ein Gay-Sender, Pussy-Markt und Pension. Ja, Pension wollen wir nicht. Ach ja, die hat uns ja erzählt, hier der erste Entwurf des Gay-Senters. Ja, des Gay-Senters. Aber da brauchen wir jetzt... Ja, nette Sache. Nett, 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 nett. Hier ist auch nicht. Ich stehe nur um dich zu warnen. Hier lebe ein großer Monster und da können wir auch nicht schlagen. Gut. Also, oben rum eher was tun. Ja. Gehen wir doch mal gucken, was wir da oben finden werden. So, der, will der kämpfen? Nein. Gut. Wer bist du denn? Tipp nur, wenn wir Pokémon können, Pokémon, die vom Selmtym jedes Pokémon sind. So gesehen, kann jedes Pokémon, jedes... Äh, okay, alles klar. Das hab ich, glaub ich, auch schon mal vorgelesen. Ja, komm. Cool. Ah ja, okay. Hier geht's weiter, man sieht schon. Uka, Chaka, Uka, Chaka, Uka, Chaka, Uka, Chaka. Uka, Chaka, Uka, Chaka, Uka, Chaka, Uka, ja, okay. Es ist schon wieder geil hier. Massenrülps. Hey. Eines dieser Monster hat meinen Sohn gefressen. Wäre dir wirklich dankbar, wenn du die Scheiße... Ja, okay, wir holen's wieder. Und ich glaube, der Sohn war, glaub ich, hier drin, bei dem. Das weiß ich noch aus der Beta-Version. Oh, hoffentlich. Hoffentlich haben wir da recht. Abbo, Level 45, ja? Aber mein... Meine Fehlgeburt, die schafft dann, ja? Okay, sieht nicht so aus, als ob die das schaffen würde. Äh, ja, ich wechsle dann doch mal lieber aus und hol mal unsere Skizze rein. Obwohl Skizze wahrscheinlich jetzt verrecken wird, wegen irgendwas. Oder, oder? Okay, Kampf, Gestein, Kackstift. Ja, komm, den Kackstift nimm mal. Müsste ja gehen, oder? Ja, et geht. Et geht, et geht. Liegt in der Dauerschleife, also die ganze Zeit Kackstift. Ja, du schaffst es, Skizze. Boah, ey, der stirbt ja schon, ey. Ich will aber nicht, dass er stirbt. Und ich habe keine... Dingens mehr, ey. Lauchbeere. Höh. Ach, schade. Ah, tot. Nein, wir haben es nicht geschafft. Wir werden auch nicht schneller sein, denke ich. Unkraut. Ja, cool, wir schaffen es, glaube ich. Und es war sogar sehr effektiv. Boah, ich schlau gucke, ey. Eieiei, ich glaube, ich werde Skizze den 15 Bonus-Bonbon geben. Oder? Zuglisch. Der ist nur... Ach, der hat nur einen EP-Teiler. Bleh. Ja, bin ich gut. Huch, danke dir, Mensch. Ich bin frei. Hey, Daddy. Ja, ähm, ich wäre... Oh. Äh, Daddy. Dad. Ja, ist ja gut. Huch. Rülps. Papi. Rülps. Oh, Mann. Ach, ging das? Kann ich jetzt kämpfen, oder was? Okay, das mache ich dann gleich. Oh, ich kann hier gar nicht raus. Ich muss gegen den Kämpfen. Ah, ich wollte nicht da draufklicken. Oh, ich wollte doch Dings heilen. Skizze. Fuck. Ich wollte doch Skizze. Fein. Ähm. Ach ja, Zuglisch. Ja, den können wir dann wegmachen. Dann hole ich mal den Schnobler hier. Mal gucken, was der Schnobler so drauf hat. Hier, Schnobler. Und Schnobler ist schon fast tot, ja? Na, gut. Ah, ist Gas. Gas, 4. Los, kippen Gas. Boah, ich dachte schon, so won't it ever go, ey. Tüte? Naja. Na los. Na los, na los. Hä, ich wollte kein Gas, 4 einsetzen. Wo bin ich wieder in dieser Schleife? Ich war in dieser Schleife. Ja, wir nehmen auf jeden Fall alles Training hier in Kauf hier. Los. Du legendäres Murak. Mein Lieblings-Pokémon. Warst du mal. Müsste neutral sein, äh, Feuer, oder? Das bringt nicht mal was, ey. Ei, 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 ei. Was haben wir uns hier für Pokémon gefangen? Pokémon, die nix können hier, ey. Krabbler 1. Ne, das bringt hier alles nix. Ne, seht ihr da, ja? Oh, 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 wir müssen komplett umstrukturieren, so wie ich das sehe. Ja, wir setzen noch ein Pokémon ein. Ja, komm hier, Ficker. Hoffentlich kann der hier was gesteinen. Ja, Gestein war sehr effektiv, ne? Ja, Gestein! Hat ein tödlicher Angriff. Es war ein tödlicher Angriff. Bumm. Und nochmal. So, dann wäre der Auge siegt hier. So, ich muss jetzt das mir gedacht für die Tasten hier. So, zuglich 34, 35. Kerze. Ja. Ich lasse das jetzt eh nicht, weil ich glaube, ich werde das, was ich jetzt gleich fange, da im Team aufnehmen. Das sieht ja schon mal hier richtig OP aus, würde ich sagen, ne? Ähm, ja. Ja, 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 ja. Los, lauf, lauf. Hier ist noch die Penis, Penisblutspur, whatever. Ähm. So, jetzt gehe ich jetzt mal hier heilen. Ja, mach mal hier. Dankeschön. Empfehle uns weiter. Und ich gehe jetzt erstmal hier in die Handtasche und auf den Laptop. Ne, erstmal zurück. Und hier den EP-Teiler nehmen. Und ich werde... Jetzt Skizze erstmal den 15-Bonus-Bonbon geben. Weil ich weiß, dass Skizze ein starkes Lategame hat. Deswegen Level 54. Keine Ahnung, was der jetzt an Attacken übersprungen hat, ist mir auch egal. Boden 6. Ist doch geil. Nehmen wir doch mal direkt. Ähm. Ja, Licht war gar nichts, ne? Ja, Licht weg. Licht. So, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Haben wir auch schon mal hier in... Ja, gut. Auf geht's in die Karte. Ah, nein, nicht Karte. Karte, Karte, Karte. Äh. Handtasche. Laptop. Ja. So, dann Team Spurak wird sich auch verabschieden dürfen. Und der hier auch. Weil, ne, finde ich nicht gut. Das heißt... Smurak wird erstmal da bleiben. Gottes geben... Gottes geben... Ach, ne, ist mir ruhig. Bleib gar nicht da. Die Fehlgeburt kriegt den WP-Teiler. Wir nehmen die Skizze nach vorne. Ne. So, ähm. Erstmal bevor es losgeht. Da oben hin. Handtasche nochmal... Online Shopping. So. Ne, ich glaube, wir brauchen jetzt mal hier mal... Heftigere Maßnahmen und kaufen. Oh, ich kann gar nicht so viel kaufen. Ich hab gar nicht so viel. Ja, dann holen wir uns mal vom Fähnchen. Doch, bestellen will ich doch noch. Noch ein paar Bälle. Äh. Natsa. Ach, haben wir nur neun Stück. Ja, komm, reicht. So, dann gehe ich noch was speichern. So. Nein. Und jetzt gehen wir mal auf Aufi und werden uns dieses Pokémon hoffentlich fangen. Ähm, offscreen werde ich hier erstmal die ganzen Pokémon hier töten, um ein paar Level aufzupuschen. Weil es wird sonst viel zu lange dauern. Seht ihr, komm mal hier, hier kommen wir gar nicht durch. Weil die nur am rumlaufen hier sind. Ja, jetzt kommen wir hier da durch. Und ich würde sagen, jetzt hauen wir den mal erstmal um und fangen den. Oh, yeah. Woo! Und ich setz mal ein Gestein ein. Und es ist ein Drachentyp. Oh, fuck. Boden 6. Drache 5. Heftiger Bullshit, yo. Alter, der haut uns ja richtig weg hier. Los, spekka. Ich hoffe, wir kriegen den, ey. Ähm. Wasser 4. Gestein. Gestein. Wasser. Wasser. Gestein. Loginpop hat sich abblicken lassen, okay. Okay, nicht so effektiv. Geil. Ich kann davon nichts tun, würde ich sagen, ne. Komm hier. Tschüss. Boah. Ein Leben noch. Das ist ein hartes Pokémon. Ich versuche einfach jetzt schon mal einen Ball zu werfen. Ich denke aber nicht, dass es funktionieren wird. Na? Na? Oh, nein. Drachenschild. Okay. Komm, noch ein Versuch. Den kriegen wir. Den kriegen wir. Äh. Ja. Ich würde sagen, ja, unser Dings wird das erst recht nicht schaffen. Hier unser, unsere Fehlgeburt wird es nicht schaffen. Das glaube ich einfach nicht. Deswegen werfe ich jetzt einfach nochmal einen. Los. Scheiße, nur zweimal. Oh. Ja, der ist ein One-It. Ja. Da, Fehlgeburt, ne. Oh, 864 verloren. Heftiger Bullshit. Ja. Die freudige Hure aus der Nachbarschaft. Immer wieder. Okay, ich mache jetzt nochmal einen Versuch. Ich starte es nochmal. Und versuche mal mit einer Boden-Attacke anzugreifen. Ich weiß aber nicht, war das auf Drachen überhaupt effektiv? Oh, jetzt war ich gerade da. Ja, gut. So, komm nochmal, du Pisser. Greif mal direkt mal mit Boden an. Boden 6. Aber ich glaube nicht, dass das auf Drachen effektiv war. Mit Gestein 6. 4 oder 6? Boden 6, ne? Blitz 4. Ja, es hat keine Wirkung, ja. Oh, nee, ablenken lassen. Oh, komm, bitte, 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 bitte. Ja, ich glaube, das war mehr als das letzte Mal. Scheiße. Aber wir haben diesmal mehr abgezogen als vorher. Ja, noch einen einsetzen. Los, Fehlgeburt. So, dann versuche ich das jetzt nochmal. Mit nem Natsa. Go, Natsa. Nats, Nats, Natsa. Jawoll. Woll. Great job, man. Wir haben den Orgien-Bob gefangen. Passend. Drache-Donner-Typ ist das. Geil. Nein, möchten wir nicht. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich in diesem Part hier. Und ich werde jetzt aufschreiben, ein bisschen trainieren. Und man sieht sich, Leute. Haut doch rein.